Wohin die Weltwirtschaft uns führt, ist ein offenes Geheimnis. Statt etwas zu machen, haben die Staaten zugesehen, wie die Erde zerstört wird. Aber der Wille zur Veränderung überall auf der Welt wird immer größer. Klima-Demo für Klima-Demo und Aufstand für Aufstand. Aber bis heute haben weder die Aufstände noch die globale Klimabewegung es geschafft, einen Kurswechsel herbeizuführen. Warum? In diesem Film hören wir Wissenschaftlerinnen, Klimaaktivistinnen und Gewerkschaftsaktivistinnen zu, um zu verstehen, wie können wir die Dinge wirklich ändern. Dieser Film bebildert, wie ein Systemwandel aussehen könnte. Denn wir müssen die Zeiten hinter uns lassen, in denen es einfacher war, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Ich glaube, wir werden die Lage ein wenig. Die Lage sind das geschenkt, Dirk? Die Lage sind die Eltern gebrochen, Dirk?